Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Raymond Origins Weiter geht's mit Kletterwetter Ein Wetter gut zum Klettern Immer höher als flinke Birge Muss das gehen Na, ich hab den letzten nicht bekommen Ach, hier ist nichts Yay Das war gekonnt Oh Hier ist wieder ein 25er Was? Ich dachte nur, hier wäre irgendwie was gewesen Aber nein, war es nicht Hm Oh nein Irgendwo hier ist ein Na, ich springe irgendwie ein bisschen zu Spät Okay Yippee Oh ja, da ist es Oh ja, da ist es Das ging ja mal gut Ach, nach oben komme ich nicht mehr Na gut Na, was muss ich hier tun Nur Oh Im richtigen Moment Abspringen Da ist nichts mehr Gut Heißt hier nach innen Ach, hier war nichts Oh 25er Ach, so kann man die besiegen So kann man die besiegen Aha Das wusste ich gar nicht Was mich hier mit nervös macht Ist, dass hier keine Musik ist Versagen Versagen Na Na Richtiger Augenblick Und das war der Nicht Schwierige Stelle Eben habe ich sie Grandios gekriegt Und jetzt Habe ich Naja mit Probleme Und vor allen Dingen Warum leckt es Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Und dann Oh. Bus. Was soll das? Nein. Boah. Was soll das? Du solltest noch mal loslassen. Ich will nämlich wissen, ob man da hoch kann. Nein. Anscheinend nicht. Also gut, aber wenn, dann ist das zum Glück ein Käfig. Yo hoch! Boim! Hey, ich kam durch. Wer kann daran denken, dass hier einer ist? Uff. Oh, nein! Nein! Ah! Ja, ihr habt euch gegenseitig gekillt, oder was? Warum ist das gerade alles so lahm? Ich krieg euch! Kommt mir nicht so vor, als es gerade etwas lahm ist. Durch irgendetwas. Ich weiß es nicht. Ui! 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 Nein! 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 Och, nö! 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 Geht doch! Mit oben! Noch einer? Auf der 25 verzichtigt. Das ist mir zu gefährlich. Nö! Was? Stimme. Hurrige, hurrige! Oh! Oh! Huh? Huh? Um, yeah, no! Yeah, 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 yeah! Um, yeah, yeah, yeah! Äh, der hat immer einen anderen Satz, oder was? Aber ich mache hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.